So, okay, ist ja eigentlich hier alles selbsterklärend. Ich habe mir mal wieder ein paar Gedanken gemacht zur Frühsexualisierung und dem Genderwarn-Sinn. Ja, könnt ihr dann schauen bei VK Bitchute Odyssey und Rumble, die sich den Trailer bei Venus TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren. Ab in die Browserzeit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.